Dass es auch das, was uns Atheisten immer vorgeworfen wird, dass wir keine moralischen Maßstäbe haben, keine absoluten, sondern dass das nur Christen haben können oder Muslimen oder sonst was. Denn sie haben ja die Moralität von Gott auf Tafeln bekommen. Unser Eins muss sich das irgendwie zusammenreimen. Und das kann ja nicht so gut sein. Also es wird uns quasi die Fähigkeit abgesprochen, nach etlichen Monaten zu der Erkenntnis zu kommen, dass sexueller Kindesmissbrauch eindeutig als Verbrechen zu bezeichnen ist. Da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen.